Wie der gesamte Salento ist Caprarica reich an Jahrhunderte alten Olivenbäumen, auch heizvolle, zeitlose Gestalten, die scheinen, als ob sie das Gebiet bewachen und eine hundertjährige bäuliche Vergangenheit beweisen. Diese Bäume sind das wertvollste, was der Salento noch unverändert erhält. Sie sind seit jeher eine wichtige Einkommens- und Versorgungsquelle des sehr guten nativen Olivenöls und sind auch Symbol des Salentos. Mühevoll haben faltige Hände im Laufe der Zeit den Boden aufgebrochen, um ihn für die Olivenbäume anbaufähig zu machen. Die Olivenbäume werden von den Bauern wie ihre Kinder betrachtet, die sie hüten und pflegen. Bäume und Menschen scheinen eine sympathische Beziehung zu schaffen, die zeitlich immer stärker wird. Die atemberaubende Schönheit der ungewöhnlichen und geheimnisvollen Formen der Stämme lassen diese Jahrhunderte alten Bäume erscheinen wie echte lebende Skulpturen. Sie drehen sich um ihre eigene Achse, haben unglaubliche Formen und können riesig werden. Jeder Baum hat etwas Magisches, jeder ist anders als der andere, jeder ist einzigartig. Wenn ich nicht einmal kieinen kann, würde ich sehr, 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 sehr gut verankert. Untertitelung des ZDF, 2020